Als die Ritters mit der ganzen Familie in die Weihnachtsferien fuhren, vergaßen sie eine Kleinigkeit. Hast du das Harz abgehoben? Ja, Mama. Hast du das Pfand abgegeben? Ja. Hast du rausgefunden, wer der Vater ist? Was könnten wir bloß vergessen haben? Kevin! Alpha Kevin allein zu Haus. Verpässt dich suchen, so ein Bastard! Ja! Diese Assi-Familie-Ritter will einfach nicht ausziehen. Dann stellen wir jetzt Wasser und Heizung ab. Als kleines Weihnachtsgeschenk. Und wenn wir sie rausgeekelt haben? Luxus sanieren und fürs Zehnfache neu vermieten. Verpässt dich! Bring dich um! Dann ist ihr Sohn halt alleine zu Hause. Was soll denn schon passieren? Er ist ein Kevin! Ach du Scheiße. Wir kommen einfach später wieder und nehmen die Playstation mit. Als Mietschuldenfant. Das ist meine Playstation und die werde ich verteidigen. Was ist denn das für ein Scheißzeug? Rooster-Energy-Drink. Extrastark. Du Mistbängel! Na warte du! Gestern war er noch ein Kevin. Heute wird er zum Ehrenmann. Alpha Kevin allein zu Haus. Eine deutsche Weihnachtsgeschichte. Der Kerl ist schlimmer als die Mietpreisbremse. spirale Ah! 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 Ah!